Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich sehr freue. Und zwar hatte ich die Möglichkeit am Freitag eine Art Make-up Experiment zu drehen. Ich habe mein komplettes Make-up nur mit Produkten von Essence geschminkt, was ja eine relativ günstige Marke ist. Und das habe ich zuvor noch nie gemacht, deswegen war ich selbst sehr gespannt, wie das halt am Ende aussehen wird. Und gleich werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Ich wollte euch noch kurz was zum Hintergrund erzählen, wie dieses Video entstanden ist, weil wie ihr gleich gesehen habt, das ist in Unterstützung mit Essence entstanden. Das heißt, die haben mich Anfang der Woche gefragt, ob ich ganz spontan Lust hätte, am Donnerstag nach Rotterdam zu kommen. Und zwar findet da im Moment die MTV Music Week statt. Und das ist halt einfach, ja, eine Musikwoche mit ganz vielen Konzerten und so weiter. Deswegen stand das Make-up, das ich geschminkt habe, auch so ein bisschen unter dem Motto, get concert ready with me. Und ja, ich bin dann am Donnerstag nach Rotterdam mit Henrik zusammengefahren. Und wir sind da zwei Nächte geblieben. Wir sind gerade eben nach Hause gekommen. Also es ist Samstag Nachmittag gerade. Und das Video, das ihr gleich sehen werdet, das habe ich im Beauty-Spot von Essence gedreht. Das heißt, das war so eine Art Glas-Container, so könnt ihr euch das vorstellen, den die für nur ein paar Tage jetzt während dieser Music Week halt aufgestellt haben, mitten in der Stadt. Und da gab es so Verlosungen, an denen man teilnehmen konnte. Man konnte sein eigenes Lipgloss herstellen, was ziemlich cool war. Und im oberen Bereich von dem Beauty-Spot konnte man sich dann schminken lassen. Also da habe ich das Video gedreht. Und es lief halt so ab, ich konnte einfach wie ein Kind im Süßigkeitenladen zu dem Aufsteller hingehen und mir alles raussuchen, was ich halt für den Look haben wollte. Also es wurde mir nicht irgendwie diktiert, was für Produkte ich benutzen muss oder so. Und bis auf zwei Sachen kannte ich alles schon, weil, wenn ihr mir schon länger folgt, ich liebe Essence wirklich. Ich mag die Marke wirklich sehr. Ich habe mich total gefreut, als sie mich gefragt haben, ob ich halt mit denen da hinfahren kann. Und falls ihr halt neu auf dem Kanal seid und das noch nicht so mitbekommen habt, ich habe schon wirklich sehr viele Videos mit den Produkten von Essence gedreht. Und klar liebe ich jetzt nicht jedes einzelne total. Und ich hatte auch mal Flop-Produkte von denen dabei. Aber insgesamt finde ich einfach, es ist eine tolle Marke. Und deswegen habe ich auch mit der Goodie-Bag, die ich mitnehmen konnte, eine Verlosung gestartet, weil ich habe die Produkte eh schon. Sorry, dass die Einleitung so lang war, aber mir war es echt wichtig, euch das einfach gesagt zu haben und alles klarzustellen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Make-Up-Look und los geht's! Also ich habe mein Make-Up angefangen mit einer Foundation, die ich schon sehr gut kenne. Ich habe sie nämlich in zwei Farben zu Hause. Das ist die Stay All Day 16-Hour Long-Lasting Foundation. Und ich habe die in der Farbe 15 aufgetragen. Die gibt es mittlerweile hier in dieser schönen neuen Verpackung. Ich habe sie noch in der alten zu Hause stehen, aber ja, ich habe sie halt komplett auf mein Gesicht aufgetragen und gut in die Haut eingearbeitet. Und als nächstes ging es weiter mit Concealer. Und das ist der Get Picture Ready Brightening Concealer. Das ist eines der beiden Produkte, das ich vorher noch nie benutzt habe. Also es war auch eine Premiere für mich und so ein First Impressions praktisch. Also ich würde sagen, die Deckkraft ist so mittelstark, vielleicht leicht bis mittelstark ungefähr. Also wenn ihr ganz, ganz dunkle Augenringe habt, dann würde ich euch noch einen anderen empfehlen. Aber für mich hat es auf jeden Fall gereicht. Dann ging es weiter mit Puder und das ist einer meiner Langzeit-Favoriten und Top-Drogerie-Produkte überhaupt. Ich habe das schon zweimal aufgebraucht. Das ist dieses transparente Puder von Essence. Und ich habe bei dem Make-Up auf Rouge verzichtet, weil ich Rouge nicht immer gerne trage und habe stattdessen einfach nur einen Bronzer aufgetragen, um mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Ich glaube, ich habe euch schon einmal gesagt, dass ich mein Gesicht gar nicht so gerne so richtig krass konturiere, sondern Bronzer einfach nur benutze, um so ein bisschen mehr Leben ins Gesicht zu bringen, ein bisschen mehr Farbe. Und ja, deswegen habe ich es einfach so überall ein bisschen aufgetragen. Und dann ging es weiter mit den Augenbrauen. Das ist einer meiner allerliebsten Schritte überhaupt. Ich liebe es einfach, wenn die Augenbrauen wirklich schön ausgemalt sind. Das macht so einen großen Unterschied. Ich habe euch das hier mal gezeigt. Also auf der Seite habe ich die Augenbrauen ausgemalt und auf der nicht. Da ich den Fokus von dem Make-Up auf den Lippen legen wollte, habe ich einen sehr hellen Lidschatten benutzt und den einfach komplett aufs gesamte Lid aufgetragen. Das ist ein Lidschatten aus der The Velvet-Reihe. Ich werde euch alle Farben nochmal unten in der Infobox verlinken. Aber ja, ich habe das einfach aufs komplette Lid aufgetragen. Und dann ging es weiter mit der schwierigsten Sache, die vor der Kamera aufzutragen ist, und zwar Eyeliner. Und das ist das zweite Produkt, das ich zum allerersten Mal benutzt habe. Und es hat ziemlich gut geklappt, finde ich. Sieht man hier zumindest. Und wie ihr sehen könnt, hätte ich auf der oberen Wasserlinie halt noch so eine helle Stelle. Und die habe ich mich dann entschieden, mit einem einfachen schwarzen Kajal einfach komplett auszumalen. Weil, ja, das so den Wimpernkranz so ein bisschen verdichtet und die Wimpern einfach länger aussehen lässt. Dann kam die Wimpernzange dran, weil ohne Wimpernzange kann ich nicht. Und ich habe die I Love Extreme Mascara von Essence benutzt. Das ist, würde ich sagen, mit der Lash Princess Mascara, meine Lieblingsmascara von Essence. Also, die beiden sind so meine Favoriten aus der Reihe. Und ich glaube, sehr viele von euch mögen die auch, weil ich bin, ehrlich gesagt, auf die Mascara durch euch damals gekommen. Und ja, ich finde, die macht echt einen schönen Unterschied. Und dann kamen die Lippen. Darauf hatte ich mich die ganze Zeit gefreut. Ich habe eine sehr, sehr dunkle Farbe benutzt. Und das ist, finde ich, nicht so wirklich alltagstauglich, weil es einfach auch sehr lange dauert, bis man die aufgetragen hat. Aber das Motto war ja Get Concert Ready. Und deswegen habe ich sie jetzt noch schön, ordentlich mit einem dunklen Lip Liner ausgemalt. Die Farben, wie gesagt, werden unten sein. Hat ein bisschen gedauert, weil sowas muss dann halt immer wirklich perfekt aussehen, damit es gut aussieht, finde ich. Aber ja, ich fand die Farbe am Ende echt cool und habe mich ziemlich gewundert, wie weiß die Zähne dadurch wirken. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich war es echt eine kleine Umstellung, als ich in den Spiegel geguckt habe und gesehen habe, wie dunkel meine Lippen sind. Aber ich fand es eigentlich irgendwie ganz cool. Und ich wollte euch aber auch mal zeigen, wie der Look aussehen würde, wenn man einen ganz hellen Lippenstift benutzen würde. Ja, so einen Nudefarbenen. Das macht das Ganze natürlich wieder sehr alltagstauglich. Also ich denke, am Ende ist es einfach Geschmackssache und ich mag eigentlich beides ganz gerne. Und ich wollte euch am Ende noch ein bisschen zeigen, wie mein Outfit ausgesehen hat. Mein Rock ist von Brandy Melville und da der aus so einem stretchigen Kottstoff ist, ist der extrem, extrem bequem. Und die Stiefel habe ich gerade eben neu. Die sind von Mark Adams oder so, heißt die Firma? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe sie bei Galeria Kaufhof bekommen. Und dann habe ich meine geliebte Tasche von Rebecca Minkoff, die ich einfach ständig trage. Das weiße T-Shirt ist von H&M und die Strickjacke ist von Prowmode, allerdings leider schon etwas älter. Und das war mein Outfit. Und das war das Video für heute. Ich hoffe sehr, dass euch der Look am Ende gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, ob ihr den dunklen Lippenstück besser fandet oder den hellen. Und ich habe am Ende noch eine kleine Ankündigung. Das Beste kommt praktisch zum Schluss. Ich freue mich mega, euch sagen zu können, dass ich im Nezember zum allerersten Mal auf der Glow sein werde. Und damit es wirklich was richtig Cooles wird, habe ich auch eine Überraschung für euch. Ich werde da unter anderem kurz am Stand von Essence sein. Und ich werde dort 500 mega coole Make-up-Pakete an euch verteilen. Also es werden 500 Boxen sein oder Tüten mal schauen, keine Ahnung. Und auf jeden Fall werde ich mitbestimmen können, was für Produkte in diese Tüten reinkommen. Und ich habe mir überlegt, statt dass ich jetzt nur so meine Lieblingsprodukte reintue, frage ich euch einfach mal, ob ihr vielleicht irgendwie Wünsche habt und Lieblingsprodukte von Essence, die man da reintun könnte. Falls ja, dann schreibt es super gerne mal in die Kommentare. Und es würde mich mega freuen, wenn wir uns im Dezember auf der Glow sehen könnten. Ich verlinke euch am Ende jetzt noch meine Social Media Accounts. Folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, weil in letzter Zeit bin ich echt Snapchat-verrückt. Wirklich, ich schwöre es euch. Und meine letzten beiden Videos werden auch für euch verlinkt sein, auch unten in der Infobox. Schaut da sehr gerne nochmal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!